Mit der PTZ-Steuerung schwenken, neigen und zoomen Sie leicht alle IP-Überwachungskameras. Neben dem 3D-Joystick besitzt die Steuerung ein 5 Zoll großes OLED-Display, um das Live-Bild der Kamera direkt anzeigen lassen zu können. Die Steuerung lässt sich auch per HDMI an einen gewöhnlichen Fernseher anschließen. Die Steuerung unterstützt ONVIF 2.4 und ist in der Lage, automatisch Kameras in Ihrem Netzwerk zu erkennen. Zusätzlich besitzt die Steuerung die Möglichkeit, feste Kamerapositionen zu speichern, diese per Knopfdruck dann leicht abgerufen werden können. Bestellen Sie dieses Produkt in unserem Online-Shop unter alarm.de oder klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung. und klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung.